Eintreffen. Eintreffen bedeutet, wann man zu einem Treffpunkt kommt. Im Allgemeinen wird es empfohlen, sei pünktlich. Wenn du selbst pünktlich bist, dann werden andere es leichter haben. Schon aus Ahimsa nicht verletzen, ist es wichtig, dass du pünktlich eintreffst. Wer es zur Regelmäßigkeit macht, immer etwas zu spät zu kommen, der nimmt das Leiden anderer im Kauf. Daher sei pünktlich. Sorge dafür, dass du selbst pünktlich eintreffst. Und wenn du selbst ein Meeting einberaumst, dann fang pünktlich an, egal ob andere pünktlich eingetroffen sind oder nicht. Aus Respekt für die Zeit anderer ist Pünktlichkeit etwas Wichtiges, auch und gerade wenn man überlegt, wann soll man eintreffen.